Guten Morgen Gemeinde Christi, mein Name ist Dagobert, ich gehöre jetzt zur Gemeinde in Schmelingen und darf sie durch die Andacht führen. Heute Mittwoch, der 9. September, lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Klagelieder 3, Vers 41. Ein ganz interessantes Kapitel, vielleicht darf ich euch das aufs Herz legen und heute lesen, es sind ungefähr 20, 22 Verse. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Das ganze Kapitel handelt davon, hör auf dich bei Gott zu beschweren und beschwer dich bei dir selber, dass du ein Sünder bist. Das ist der Faden durch Klagelieder 3. Interessanter Gedanke. Und die Neue Testamentliche Lesung, die so angeboten wird, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, wenn wir Hilfe nötig haben. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 16. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Der Herr hat uns gelehrt, dass wir seine Hilfe brauchen. Lass uns beten. Und so stehen wir hier als Bettler, Herr und als Reichgeschenkte. Habt euch dafür. Amen. Ich habe mir das Lied zwölf ausgesucht. Jesus Christus herrscht als König. Wir hören die Schriftlesung aus Matthäus 16, Vers 13 bis 20. Das Bekenntnis des Petrus und die Verheißung an ihn. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschen Sohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon Jonas Sohn. Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und das sage ich dir noch dazu. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Fochten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Soweit die Bibel lese. Man kann gleich ganz schnell das etwas korrigieren in seinen Gedanken, dass Petrus jemand Besonderes ist, wie das gerne mal getan wird, oder Matthäus oder sonst irgendjemand. Man kann das schnell korrigieren, indem man Matthäus 18 liest, dass werden die Schlüssel auch der Gemeinde übergeben und nicht nur Petrus. In Matthäus 18 wird der Schlüssel auch der Gemeinde übergeben und nicht nur Petrus. Damit bin ich durch mit dem Thema, ob Petrus jemand Besonderes ist. Ich komme zu der Andacht und meinen Gedanken dazu. Wenn wir Christus aus unserem Fleisch und Blut definieren, so lesen wir in der Kirchengeschichte. Ich lese ab, verzeiht mir, weil wenn ich nicht ablese, dauert das hier Stunden. Die, die mich kennen, wissen warum. Wenn wir Christus aus unserem Fleisch und Blut definieren, so lesen wir in der Kirchengeschichte, wie tausende Vorstellungen entstehen, wie die Offenbarung des Vaters von Jesus zu verstehen ist. Jeder Mensch hat eine andere, letzte Vorstellung davon, was die frohe Botschaft Gottes in der Bibel an uns Menschen ist. Es ist ein Unterschied, ob andere oder ich mich selbst für einen Christen halte, oder ob ich von Christus meinen Namen habe. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Verheißung habe über meine Berufung. Vers 19 Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Es ist also ein Unterschied, ob ich eine Verheißung habe über meine Berufung, oder ob ich den Weg beschreite als Berufender des Herrn. Ob ich eine Offenbarung vom Vater Jesu habe, oder ob ich schon Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenosse bin, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, ein lebendiger Stein am Heiligen Tempel im Herrn. Einen anderen Grund kann niemand leben, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus, der der Christus ist? Alles liegt in Christus, nicht in meiner empfangenen Offenbarung. Das entspannt mich und hilft mir darauf, zu achten, wer ich bin, jetzt und wer ich sein soll. Sonst passiert mir das, was auch dem Petrus geschah. Zuerst ein Bote der Wahrheit über Christus, dann ein Bote Satans, ein Bote menschlicher Überlegung. Das war im vorigen Kapitel, oder im nachfolgenden Kapitel, im nachfolgenden vielleicht, ja. Da sagt Jesus ihm, dass er wohl einen harten Weg geht, nämlich zum Kreuz. Und Petrus sagt ihm, das widerfahre dir bloß nicht. Und Jesus antwortet zu ihm, geh hinter mich, Satan. Also zuerst kriegst du eine Offenbarung vom Vater, des Herrn Jesus. Du bist der Christus. Wow. Und dann, sagen wir mal fünf Stunden später, das mit der Kreuzigung, Jesus, und das muss alles nicht sein. Oder, indem ich selber menschlich dastehe und denke, na, so einen harten Weg müssen Christen doch nicht gehen. Das kann doch nicht von Jesus sein. Das kann doch nicht von Gott sein. Und immer, wenn ich mich auf meine menschliche Überlegung stelle, bin ich nie einverstanden mit seiner Kirche, mit meinen Mitgeschwistern, mit meinen Mitchristen oder mit mir selber. Also lasse ich das lieber bleiben. Aber mit dem Hinweis auf die Schlüssel des Himmelreiches ist mir auch das Ziel beschrieben, zu dem ich selbst geführt werden soll. Ein Himmelsbürger sein. Und in dem Vers ist auch geschrieben, wo ich diesen Himmelsbürger lebe. Auf Erden. Denn es heißt ja, alles, was du auf Erden binden wirst, alles, was du auf Erden schließen wirst, wird auch im Himmel gelöst oder geschickt. Schlossen sein. Himmelsbürger ist man auf der Erde. Und das ist schon eine herrliche Offenbarung, die Petrus dort bekommt und die die Gemeinde Christi bekommt. Und diese Offenbarung verhilft mir, darauf zu achten, wer ich jetzt wirklich bin, welche Identität ich trage, woher ich meine Autorität, meine Kraft gerade empfange und es hilft zu verstehen, wie ich meine Daseinsqualität, von woher mein Menschsein definiert wird. So bleibe ich auf das Ziel ausgerichtet, dass nicht ich definiere nur aus der Offenbarung nach meinem eigenen biblischen Befund, sondern Offenbarung verbunden mit der Gnade, dass Gott mir zeigt, wer ich bin und zu was ich von Gott gedacht bin, wegen Christus. Dieses Erkennen und Leben empfängt sich nur durch das fleischgewordene Wort, den gelebten Menschensohn, den gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Herrn Jesus Christus. Ich träume mir kein Land, wo ich stärker bin und etwas kann. Ich träume mir kein Land, wo es leichter ist und nicht so schwer. Ich hab' mein Heiligen Christus, jede Zeit, jedes Maß kann, bei mir nicht verstehen, ich schau' nicht bei anderen nach. Ein Leben nicht ein Tun, ich drehe mich nicht nach anderen um. Was er tun, muss ich nicht mehr tragen. Ich träume mir kein Land, wo ich stärker bin und etwas kann. Ich träume mir kein Land, wo alles leichter ist und nicht so schwer. Ich hab' mein Heil in Christus. Jede Zeit, jedes Muss, kann bei mir nicht bestehen. Ich schau' nicht bei anderen nach, mein Leben nicht ein Tun. Ich drehe mich nicht nach anderen um. Was er trug, muss ich nicht mehr tragen. Amen. Amen.